hallo freunde youtube sports grüß euch hier ist der virus ja genau ja schon wieder sie im moment hatte ich problem mit meinem rechner deswegen muss ich mich dafür entschuldigen dass die letzten tage in kein v1 kam weil irgendwie meine alarmkarte auf einmal nicht mehr wollte und on board der steckplatz für internet ist irgendwie kaputt ist zwar installiert funktioniert einmal frei wird mir erzählt aber funktioniert irgendwie nicht ist immer wahrscheinlich kam durchgeschmort was ich keine ahnung so schult ein windows besorgt online runterladen hier vom windows selbst habt ja ein produktglieder den ich mir jedes mal immer dafür verwenden kann oder es ist die systeme von windows die merken sich das aha alles klar ist okay und bla gleicher rechner schmuckstack und alles ist in ordnung also nichts einmal nur installieren und danach nicht mehr nutzbar also dies ist quatsch wer auf so eine idee kommt ist quatsch wenn die systeme einmal mit dem windows verlinkt sind ich gucke mal drüber weil da gerade diese browsers läuft auf dem eigentlich und ja ich bin jetzt habt jetzt eine lernkarte von einem lieben alphop gekriegt ja recht herzlichen dank digga dafür coole sache funktioniert windows neu aufgespielt das update seit der daylight runter und das hauptsache was ich jetzt sagen wollte ist die schade hausaufgaben schon gemacht wir sagen ich muss jetzt das video machen für die verlosung für moment jetzt haben wir gleich jetzt aber gleich und zwar für die vr wenn ich sie sehen könnte ich hoffe doch mal oder meister für die feuer ja ja ich mal ein bisschen aus wie humpel aber und jetzt ja so jetzt zeige ich euch was das da sind die gewinner sozusagen die daran teilnehmen sind auch nicht viel aber was so zu machen ich habe mir schon die namen aufgeschrieben da wird jetzt demnächst alles ja zusammengerollt mit gummi oder so raus von irgendjemand rausgefischt muss man gucken dass er nicht sieht ja das jetzt sich so ausgesucht und irgendeinen den liebsel hat also wie gesagt jeder kann jetzt die brille gewinnen der gezogen wird daher ich habe jetzt den anderen rechnern jetzt wieder am laufen installiert jetzt gerade dass wir das team und metro obs und den ganzen rotz das dauert noch ein bisschen ich glaube nicht dass ich morgen komme dazu metro zu streamen oder net bei daylight ich weiß nicht wie schnell ich da bin und ob mir das dann so eigentlich schon wichtig ist was anderes habe auch dann natürlich meinen anderen computer am lauf meinen alten eine schöne alte krücke hier auf den ist immer verlassen der läuft läuft und läuft und wie gesagt hier bin ich gerade am vorbereiten für meine ja Formel 1 und teamspeak bin ich ganz alleine grausam naja was willst du machen ja so ja das war eigentlich das was ich euch wissen lassen wollte und ja wartet einfach ab habt ein bisschen geduld macht noch ein bisschen werbung für mich wenn ihr möchtet wäre eine gute Sache würde mich drüber freuen ja und in der Mitte geht es jetzt dem nächsten noch weiter mit Formel 1 oder so ich würde sagen bis dahin Ciao mit V euer Virus Hallo Freunde des geilen YouTube Sport grüß euch euer Virus falls euch dieses Video gefallen hat äh dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da äh für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten Button klicken ich würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal eurer und bis zum nächsten mal Auf Eure Videos Euer Videos ab eure Videos